Hallo, ich bin der Stefan Radl, ich bin technischer Geschäftsführer der USPED GmbH, ich bin Physiker, wir haben ein Spin-off der TU Wien gegründet 2018, sind jetzt schon gewachsen. USPED, der Name ist Programm, das heißt Ultrasound Enhanced Process Analytical Technology, das heißt wir setzen Ultraschallfelder im industriellen Umfeld zur Verbesserung von Messungen ein. Das kann sein, wir halten Sensoren sauber, es kann sein, wir erhöhen die Empfindlichkeit, indem wir Teilchen konzentrieren und zu einem optischen Sensor präsentieren gewissermaßen. Wofür ist das gut? Verbesserte Prozesskontrolle führt natürlich zu einer Einsparung von Rohstoffen, Energie, Zeit, es gibt auch eine Auswirkung auf die Arbeitssicherheit, es werden weniger Samples gezogen und das heißt wir arbeiten sehr stark in Richtung der SDGs. Wir haben eine sehr junge Gemüse-Mischte-Mannschaft, die als Team gut funktioniert, interdisziplinär aufgestellt ist und der Hintergrund ist, dass Kunden mit uns etwas Neues machen und da wollen wir bereitstehen, Fragen und Probleme am Weg zu lösen.